So, was geht hier ab? Ähm, ich könnte ja vielleicht erstmal hier ne Bank bauen. Ich würd sagen, dass wir die Mauer eventuell sogar hier machen, weil wir dann die Lanes nämlich schon abschießen können. Also hier so. Vielleicht gleich direkt zwei Mauern. Und dann haben wir noch den Oh mein Gott, was ist er denn? Habt ihr Tipps zum Rocket Cameraman? Habt ihr Tipps für den? Wär echt ganz cool. Nein, wir haben Auto... Oh man, wir haben Autoskipp nicht angemacht. So lost, Alter. Richtig lost, Digga. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich schon mal ne Wave platzieren, beziehungsweise hier so. Ich würd sagen, da so, wenn dann. Mach hin, ne? Ja, wir lassen durch. Erste Wave lassen wir jetzt durch. Jetzt stressen wir uns nicht mehr. So. Ich pack ihn hier hin und wir holen noch den. Ah, ist schon mal ganz gut. So, wie viel Leben haben die? Nicht viel. Ah, Digga. Ja, das wird jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen sehr knapp. Muss vielleicht noch ein paar durchlassen. Ich setz die... Ja. Okay. Mauer steht. Ähm... Dann mach ich doch, glaube ich, mal gleich hier weiter. Save. Die Mauer steht. Ich muss jetzt den Autoskipp ein bisschen durchrushen lassen. Und vielleicht mach ich das hier hin. Perfekt. Wir haben den Rocket Launcher gezündet. Die Barrier muss jetzt noch mal abgegradet werden. Okay. Jetzt wird's langsam interessant. Ich muss den Autoskipp mal rausnehmen. Okay. Moment mal. Der Rocket Cameraman macht der AOE-Damage? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnte es interessant werden. Die Cameraman Barrier wird hier repariert. Macht hier auf jeden Fall schon ganz gut Damage. Und kriegt jetzt noch ein dickes Upgrade. So nämlich. Die kleineren sind noch nicht schlimm. Ja, ich weiß. Wie viel Leben haben wir? Guck mal hier. 370. Passt. Ich würde eventuell die andere Mauer hier hin machen. Da so. Könnte Sinn ergeben. Könnte Sinn ergeben. Wir haben noch die Dual Claw Toilet hier. Ja, wobei eigentlich ergibt am meisten Sinn doch hier in der Mitte, oder? Recht weit hinten. Hier vielleicht so. Das könnte am meisten Sinn ergeben. Ich platziere mal noch einen Scientist für die Bank. Ich habe meinen Epischen verloren. Ja, Bro. Also wenn ihr euch scamen lasst, Leute, ganz ehrlich, dann selber schuld. Wer sich scamen lässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Da waren vorhin Leute in der Lobby, die meinten, Bro, wir dupen Units. Wir machen, wir duplizieren die einfach. Da dachte ich mir, oh so, Bruder, das glaubst du doch nicht wirklich, dass das geht. Oh mein Gott, guck dir mal den AOE-Damage an. 800 Damage? Bro. Holy moly. Meint ihr, wir schaffen hart mit den beiden Units? Digga, wie krass. 1000 haben wir jetzt direkt. Geld schallert auf jeden Fall gut rein. Ich würde mal sagen, hier oben, ja, wobei, vielleicht, vielleicht auch hier eher so hin. Ja, hier hin. Hä? Wo ist die Mauer, Junge? Ach, ich hab einen Scientist hingestellt. Ja gut, verkaufe ich den mal direkt wieder. Hier nämlich. So. Ich upgrade jetzt erstmal alle Banken um eine Stufe. Wir lassen den Aal mal durchlaufen. Und ich glaube, wir können mal ein bisschen Autoskip auch reinzünden, oder? Gib mir jemand Scientist TV für Pumpkin Farmer. Oh, Bro. Pumpkin Farmer ist echt nicht viel wert, Mann. Ich sag ehrlich, Digi. Ist echt nicht viel wert. Scientist TV, 300 Robux, Pumpkin Farmer, würde ich sagen, viel weniger auf jeden Fall. Digga, der Raketenwerfer geht aber schon echt ganz gut, muss man sagen. Ich upgrade ihn nochmal. Oh, wir sehen schon. Alter, 1400 Damage. Krass. Ich schieße ihn aber noch nicht drüber. Das ist ein bisschen ärgerlich. Denno, ich bin Ehrenmann, weißt du, weil ich hab jemanden Legi for free gegeben. Bruder, das ist auch das beste Gefühl. Ich sag dir ehrlich, was willst du auch mit den ganzen Units, weißt du? Was willst du damit? Wir upgraden Rocket Cameraman. Junge, er fetzt ja richtig rein. Haben wir überhaupt Ton hier im Game, Digga? Optimal. Spiel läuft wieder richtig gut. Ich schwör's euch, also diese Soundbugs, Digga, immer schwierig. Aber gut, ich mach nen Wave Skip rein. Wir upgraden jetzt mal die Barrier erst mal hoch. Kann man immer sagen, wie kommt man in den Server? Du kannst meinem Roblox-Account folgen, also YT, ne, YouTube Denomee eingeben und dann siehst du auch schon meinen Charakter, Digga. Ich hab 4600 Follower, glaub ich, auf Roblox und da bin ich dann. Okay, wir machen Autoskip rein, Leute. Ich will auf jeden Fall noch miese Raketenwerfer-Unit hier haben. Warte mal, ich stell meinen mal hier hin, also direkt daneben, so mäßig. Dann upgraden wir rein. Der wird dann, ich glaub nicht, dass der hier rüberkommt. Ne, schafft der leider nicht. Okay. Wir bauen die Riesenmauer auf. Kein Problem für uns. Jetzt könnte's aber schon mal interessanter werden. Auch hier müssen wir ordentlich für Damage jetzt gehen. So, zwei Mauern haben wir schon mal gestellt. Raketenwerfer sind eine ganze Menge hier. Wie wär's, wenn ich vielleicht, vielleicht, mh, hier so eine Raketenwerfer-Unit hinstelle. Dann haben wir schon mal eine zweite. Autoskip, Charlotte, Leute, guckt. Ich mach mit Autoskip hier easy die Waves klar, ne? Easy die Waves klar. Oh, die Vakuum-Toilet. Auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern hier. Wie viel hast du von diesen Rocket-Typen? Ich, ich, also, ich selber, Digga, ich hab im Inventar so viele. Ich kann schon echt viele verschenken davon, ne? 2000 Damage macht der Rocketman. Schon stabil. Meint ihr, wir schaffen diese Runde? Äh, ich hau Halloween-Crates gleich raus, ne? 100 Likes, hab ich gesagt, machen wir Verlosung. Wir machen bei 200 natürlich auch wieder welche, beziehungsweise 250. So, Moment, ich muss jetzt einmal ganz kurz ein bisschen, ähm, Money regeln. Oha, Leute, oha. Was geht hier ab? Was nicht ohne, auf jeden Fall. Guckt euch das an. Ich mach die Waves so schnell platt. Okay, Moment. Wenn wir hier noch einen Rocket hinstellen. Viel Spaß, Digga. Den Rocket würde ich verkaufen gleich, denke ich. Okay, den haben wir auf jeden Fall auch schon ziemlich gut abgegradet. Wie viele Rockets können wir denn eigentlich setten? Das ist schon OP, würde ich sagen. Damit kann man schon easy den Win ziehen. Moment mal, ich würde hier vielleicht nochmal eine Unit hinstellen. Ah, also ich meine, er bekommt hier oben noch welche. Die ist jetzt ein bisschen useless auf jeden Fall. Die können wir, denke ich, mal kurz verkaufen. Ich würde eigentlich gerne den Scientist TV-Man upgraden. Kommt halt drauf an. Die sind jetzt alle am Schlafen gewesen. Yo, Upgrade ist drin. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine 100k Barrier. Viele Boss-Toiletten kommen jetzt hier, werden aber durch den Geisteskrankenhautschaden rausgenommen. Sehr schön. Und vielleicht sollte man tatsächlich darüber nachdenken, hier nochmal welche reinzusetzen. Wie viele können wir denn platzieren? Oh mein Gott, so viele? Let's go. Guckt ihr das an, wie die reinfetzen? Welcher Mode ist das? Easy, Hard oder Medium? Das ist Hard erstmal. Ich bin gespannt, wie weit wir in Hard-Mode kommen. Denn du sollst ja bald units sein können, ne? Ja, ja, genau. Ich bin gerade schon im Prozess-Partner-Review. Also die gucken sich gerade meinen YouTube-Kanal an und müssen mich dann noch bei Roblox in die Datenbank einpflegen und so und dann kriegen wir das hin. Genau. Ich hoffe auch, dass... Also gestern, gestern hat mich Telendrik bei Discord geedit. Das ist der Developer von dem Spiel. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen, oder, Chad? Was meint ihr? Ich denke schon, oder? Ist ein gutes Zeichen, ne? Ja, Mann. Ich dachte mir auch gestern so, okay, nice, Digga. Also ich gehe mal davon aus, dass der natürlich dann weiß, wer ich bin. Wie viele Rocket-Units können wir noch placen? Können wir noch eine? Ne, wir haben zu viele Truppen jetzt. Er hier ist echt super useless. Also den weiß ich nicht, ob wir den jetzt unbedingt... Oh mein Gott, guck dir die Rockets an. Die Rocket-Toilet hier. Kritischer Hase, kritischer Hase. Macht hier die Barrier ein bisschen Schrott. Jetzt haben wir aber die Titan-Barrier gebaut. Ui. Meint ihr, wir kommen easy durch? Kannst du mal in den Discord-Server reinmachen? Ähm, den findest du in der Beschreibung, Brudi. Guck mal da einfach. Guck mal da einfach. Dann schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. 3.500 Dollar haben wir. Eigentlich würde ich, glaube ich, ganz gerne mehr Damage am Anfang drin haben. Deswegen stelle ich jetzt hier noch einen Rocket-Camera-Man hin. Jetzt ist unser Setup full. Also ich kann jetzt nur noch diese Mauer hier upgraden und dann war's das auch. Diese Mauer ist halt auch noch für Damage natürlich da. Und dass die 3 Rocket-Camera-Man natürlich hier auch noch reinshooten. Also wir haben eigentlich nur im Prinzip diesen Spot und Autoskip lassen wir auch die ganze Zeit an. Vergesst das nicht. Das ist eigentlich schon krass. Wir können halt auch die Rocket-Camera-Man umbauen und später hier hinstellen. Wisst ihr? Das können wir natürlich auch noch machen. So, leider können wir die Units nicht mehr abreißen. Denn du kannst Verlose machen, das gibt heute Tower-Defense, dass du jedem Unit schenkst. Digga, ich kann nicht jedem Unit schenken, weil es gibt auch so viele Leute, die einfach nur für Units Abstauben herkommen. Ich will halt natürlich möglichst nur meine Zuschauer damit versorgen. Ist ja klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen muss man das immer so ein bisschen in Grenzen halten. Aber wenn halt zum Beispiel jetzt 100 Likes da sind, dann mache ich das natürlich auch gerne, weil da ist ja auch jeder dran beteiligt. Guckt mal, die kommen null durch die Barrier. Hier der AOE-Damage. So krass, wie die Boss-Toiletten reinbekommen. Das ist extrem viel Schaden. 15.000 haben wir jetzt schon. Ich muss den Autoskip mal rausnehmen. Ich glaube, wird sonst ein bisschen zu heftig. Hier nehme ich zwei Units mit 100.000 schon. Die Airplane-Toilet crasht jetzt rein. Butts. Es geht weiter. Die Claw-Toilets wurden gerade noch mal gut aufgehalten. Perfekt. Also hier. Läuft, Leute. Läuft. Ich habe die Barrier nicht abgegradet. Habe ich jetzt erst gesehen. Die greift aber natürlich auch noch ordentlich mit an. Ich weiß halt gar nicht, wie viel Schaden macht denn die Barrier eigentlich? Ich gucke dich, weil du unterhaltbar bist. Valentin, kuss, kuss. Ich weiß, Digga, du bist auch so immer da. Welche Seltenheit ist RPG-Cam episch? Ich habe ganz viele da. Wenn ihr wollt, Hashtag Rocket in die Chatbox oder in die Kommentare auch. Dann verlose ich gleich ein paar davon. Ich habe sehr viele von diesen Rockets. Ich habe sehr, sehr viele von diesen Rockets. Kann ich gerne machen. Die Mutant-Toilet wird rausgenommen. Ich hau mal den Autoskip rein. 50 Graves müssen wir packen. Du kriegst von mir 100 Euro, wenn du Autoskip anmachst. Ach, Bruder. Ja, halt die Klappe. Ich mache gleich eh noch eine Autoskip-Challenge. Ich hasse solche Leute. Bro, du hast doch nicht mal 100 Euro auf dem Konto. Weißt du, und dann machst du hier so eine Ansage. Lass das. Bleib einfach hier drinnen. Entspann dich. Du brauchst nichts zu donaten oder sonst was. Digga, du musst einfach nur ein Like da lassen. Mehr nicht. Geld, völlig egal. Ich streame nicht, weil ich hier irgendwelche Super-Chat-Donos will. Selteno, brauchst du was? Ich brauche die Spider-TV. Die brauche ich, Bro. Hast du die zufällig? Leute, ich brauche Spider-TV unbedingt. Die 0,1% das hier in der Jam-Case ist. Wie viel mythische hast du? Ich glaube, sechs oder sieben. Also, ich habe auf jeden Fall jede mythische Unit. Eddie, du hast nicht Spider-TV, oder? Halt's Maul. Junge, hast du jetzt... Eddie, wie viel Game hast du bitte... Wie viel Cash hast du in das Game gepayt? Sag ehrlich, Bro. Digga, das war doch geisteskrank, was du da gemacht hast. Bruder. Safe. Der hat so reingecached, Leute. Eddie, Bro. Oh, hier das erste Mal durchgekommen. Eddie, sag ehrlich, wie viel Robux hast du ausgegeben? Ey, ich habe nicht mal einen Creator-Code, ne? Eddie, bei dir wird sich Creator-Code so hart lohnen. Okay, hinten ist ein Toilet durchgekommen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Lebensunterhalt. Ja, ich denke schon. Wird mir jemand Spider-TV überlassen? Wird mir den jemand schenken? Ich bräuchte den vielleicht ein bisschen länger, aber ich sign die Unit. Ich sign die Unit und gebe zurück, wenn ich eine bekommen habe. Ah, alles gut, war schwer zu kriegen. Okay, Eddie, erzähl mal, Digga, wie hast du bekommen? Gib mal Tipp. Vielleicht auch für die anderen. Das ist die seltenste Unit. So, was haben wir hier? Ähm, Giant Glass Toilet kommt. Also, eigentlich sollten die das vorher noch schaffen. Wir gucken mal. Nice. Sehr gut gelaufen für uns. Sehr gut gelaufen für uns. Okay. Eigentlich wäre wahrscheinlich sogar ganz gut, wenn wir die Banken abreißen und unseren Rocket, na, okay, hier wurden die gerade mies weggestunt. Wenn das natürlich passiert, Krise miese. Aber Leben wird auf jeden Fall auch schon stabil runtergezogen. Die Barrier repariert sich. Eine Unit wird hier auf jeden Fall schon mal geschluckt. Der Rest kommt durch. Aber sollte eigentlich easy sein. Sollte eigentlich easy way werden. Ich denke mal, wir können die nächste Wave direkt durchschicken. Bis die durch ist, hat der hier auf jeden Fall schon wieder komplett die Mauer um. Ich habe über 200 Stunden in das Spiel investiert. Dein Ernst? Ingenierst doch seltener als TV-Spider, oder? Nee, Mann, oder? Sag ehrlich, was ist krass, ist die Unit? Schaffen wir eigentlich heute 300 Zuschauer? Okay, warte. Ich mache was anderes. Ich mache eine andere Challenge für euch. 250 Likes und dann machen wir mega fünf Halloween Crates. Alright. Fünf Halloween Crates für euch, Digga, wenn ihr gönnt. Gut. Aber bevor wir das machen, muss ich jetzt erst mal die Wave hier packen. und die sieht eigentlich ganz locker aus. Deswegen schicke ich auch schon direkt die nächste mit. Wir haben hier ein Airplane, das wollten die direkt mal durchschicken, diese Gauner. Nächster. Rocket Toilet, auch sehr strong hier, haben wir aber easy im Sack. Die Giant Glass Toilet auch easy im Sack. Die Rockets sind schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die sind schlechter. Ich habe echt gedacht, die sind schlechter. Ich haue auch gleich ein paar Rocket Units nach dem Game raus. Ich join leeren Server. Ich gehe in irgendeinen leeren Random Server und dann könnt ihr einfach nachjoinen. Dafür muss ich aber jetzt erstmal ganz kurz schon mal einen leeren Server vorbereiten. Also zumindest, dass ich den gleich finde. Oh mein Gott, was geht hier ab? Jetzt könnte ein bisschen extrem werden. Oh, die Vakuum Toilette kommt durch. aber kein Ding erstmal an sich. Die Boss Toiletten hier kann. Also Damage müsste eigentlich reichen. Oh mein Gott, eine Rocket Toilette kommt durch. Das könnte problematisch werden, Leute. Das könnte problematisch werden. Ich gehe davon aus, dass das Damage technisch für diese Mauer hier noch reicht. Wenn aber diese Mauer ripp ist, muss ich anfangen, Rocket Units umzustellen. Ei, 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 Freunde, ei, ei, ei. Ist eigentlich ganz gut hier aufgebaut, denke ich. So. Okay, neue, neue Wave kommt. Corrupted Cameraman ist auch einer der seltensten Units, oder? Ja, aber Spider-TV gibt es tatsächlich nur 1700 Mal und Corrupted schon 4000 Mal. Also Corrupted zu bekommen ist mit Pay, also mit Cash natürlich schon deutlich einfacher, ne, als zum Beispiel Spider-TV, für die man dann Games braucht, die man halt wirklich nur bekommt, wenn man das Game zockt, ne. Gucken wir, wie es läuft. Was sagt ihr bisher zu der Runde? Ich finde, die läuft gut. Wir sind Wave 41. Ist okay. Könnte sogar sein, dass wir echt mit dem Team den Hard-Mode easy packen. Wie sieht's hier aus? Vakuum-Toiletten Krise-Miese. Ah, das, ja, okay, okay, Leute, das ist sehr gut gelaufen hier, dass die jetzt alle da geblieben sind. Das war sehr lost von denen, auf jeden Fall, von diesen Toiletten. Wir können die nächste Wave direkt skippen. Wave 43, also, wir sind 20 Minuten im Game. Ihr seht's hier oben, also da oben. Äh, vom Ding her geht die Runde hier relativ schnell. Wir konnten sehr, sehr viel skippen. Wir machen auch heute nochmal eine Only-Auto-Skip, äh, Challenge. Natürlich auf den schweren Maps, ist klar. Ja, eigentlich haben wir die doch ganz gut im Sack hier, Oh, die Flying Launcher Toilet, ne, ist nicht von schlechten Eltern auf jeden Fall. Muss man noch ein bisschen was machen im Damage. Die brauchen etwas Zeit, um die zu killen. Wir wollen ja auch eigentlich den Modus packen. Also, ich will zumindest sehen, was alles möglich ist. Warum pennen die jetzt alle schon wieder? Junge, guck mal auf, ey. Die Barrier hilft auch, glaube ich, mit jetzt hier zu fighten, stimmt's? Oh, Bruder, Minigun Toilet, eine der neuen, äh, Units, der neuen Gegner. Aber machen kann die auf jeden Fall nicht viel. Okay, die Airplane Toilet, RIP, und jetzt kommen noch ein paar Mutants hier rein. Die haben alle ziemlich viel Leben, aber die Bazookas haben auch ziemlich viel Damage. Wie man sieht, die Mauer sollte halten. Sollte halten. Ganz locker. Wir lassen ein bisschen Pause reinkommen, weil die Mauer muss sich auch wieder aufbauen. Ich würde heute gerne nochmal eine Challenge machen, falls ihr Bock drauf habt. Nur Spawner-Units. Es gibt wohl verschiedene, äh, also verschiedene Units, die halt gegen Gegner spawnen. Also die so Counterspawnen. Wisst ihr, wie ich mein? Das würde ich auch mies feiern. Hätte ich Bock heute mal zu testen. Weiß nicht, wie's bei euch ist. Denn um ein Freund hat meinen mythischen TV-Mann verschenkt. Ey, ist halt manchmal so, ne? Am Ende des Tages ist das auch nur eine Unit, Bro. Am Ende des Tages ist das auch nur eine Unit, ganz ehrlich. Reicht das hier? Oh Leute, das könnte schwierig werden. Ich weiß, ob die Barriere hält. Müssen wir gucken. Ich hab 75.000 zum Umbauen. Wir könnten dann nämlich hier instant Raketenwerfer hinbauen. Dann müsste ich hier verkaufen und hier hinbauen. Denn wie bekommt man die Mauer? Die muss man sich kaufen. 300 Robux kostet es derzeit. Ist auf jeden Fall nicht günstig, Brodi. Kann ich dir so sagen, ne? Ist nicht günstig. Okay, wir lassen ein bisschen durchkommen. Wir brauchen ein bisschen Breath jetzt. Bisschen atmen müssen wir. Wave 46 ist auf jeden Fall schon mal der ganz andere Schnack. Denno, du machst coole Videos und wie heißt du in Roblox für Freunde? Ich nehm keine Freundschaftsanfragen an, Bray. Mach ich nicht, weil dann sagt der eine, ey Denno, warum hast du den angenommen? Kannst du nicht mich auch annehmen? Und dann sag ich lieber, nein Bruder, ich nehm gar keinen an. Ich möchte keinen bevorzugen. Außer, ihr schickt mir super viele Cases und ich mach die einmal kurz auf, damit ich euch easier traden kann. Ähm, aber ansonsten nicht. Also dann löscht ihr euch auch später wieder runter, ne? Ist klar. Ist klar. Aber falls ihr Cases habt, schickt gerne rüber. Ich mach sie für euch im Stream auf. Gebe euch, falls mythisch oder lege es, gebe ich euch zurück. Willst du Spider-TV? Joa, Eddie. Hätte ich Interesse. Würde ich gerne haben. Aber das machen wir dann off-Stream, okay? Ist das in Ordnung? Spider-TV hole ich mir dann, ähm, nochmal bei Zeiten. Würde ich nämlich ein extra Video für machen, dass wir mal die Unit testen. Denno, ich hab dir eine Crate geschickt. Ja, Bruder, das seh ich aber nicht. Ich krieg 20 Crates oder so hintereinander. Weißt du, wie ich mein? Äh, ich, ich geb mir Mühe, das irgendwie hinzukriegen. Also wenn du mir eine Crate schickst, kann ich nicht viel mit anfangen, ne? No, no Flex oder no Front oder so. Aber müssten dann schon vielleicht mal 10 sein. Dann weiß ich, ah, Bobby hat 10 Kisten geschickt. Okay. Oh mein Gott, was passiert hier? Digi, die haben meine Mauer kaputt gemacht. Ich muss umbauen. Jetzt schon umbauen. Jetzt muss ich schon umbauen, Leute. Okay, sehr interessant. Ähm, lasst mich überlegen, wie wir's machen. Ich muss die Cameramans jetzt umbauen. Es geht los. Ich muss die gleich wieder zurückbauen. Das ist das Problem. Kostet aber nicht viel. Ah, das wird eklig, Digga. Das wird, oh mein Gott, wird das widerlich. Jungs, macht was. Jungs, macht was. Oh mein Gott, die Mauer fällt. Wir haben Big Problem, Leute. Wir haben Big Problem. Wir haben Big Problem. Schaffe ich noch? Bruder. Verdammt. Er hat die wichtigste Unit gerade gestuckt. Okay, ich muss einen nochmal verchecken und vielleicht nochmal hier einen hinstellen. Der hat 2000 Damage. Der hat 10.000 Leben. 5 Sekunden. Ich weiß halt nicht, ob er easy ausgenockt wird. Das müssen wir gleich mal checken. Weil ich baue sonst hier noch einen hin. Ich packe ihn schon mal sicherheitshalber hin. Ah, easy. Haben wir in der Tasche. So, ich muss umbauen. Da, ihr seht, jetzt wird es ein bisschen unentspannt für mich. Also deutlich auf jeden Fall. Ich habe sogar warte mal ganz kurz. Ey, ich habe sogar echt keine Kohle verloren so richtig, oder? Oh, nur zwei. Ich muss, glaube ich, mehr Kohle stacken. Ich muss jetzt mal alle Banken upgraden. Oh mein Gott. Da kommen schon wieder so viele Rocket Toilets. Hilfe! Okay, ja, gut, lief gut, lief gut, Leute, lief gut. Bank geben wir Max. Auch die Bank nehmen wir Max mit. Okay, ich kann nicht mehr Truppen machen. Alles entspannt. Das Income ist der Reichen, um ständig umzubauen. Das müssen wir halt auch machen. Digi, Digi, mach strong, bitte. Greif bitte strongest an. Bitte greif strongest an, ey. Oh mein Gott, die UFO Toilet. Putz, wie die reingeschallert hat. Digga, muss ich ganz dringend los. Oh mein Gott. Okay, wir zählen die Unit hier schon mal. Wir zählen die auch schon mal. Ich denke, das packen die hier unten. Eigentlich packen die schon. Mit dieser Strategie könntest du gewinnen. Ich glaube auch. Ey, ihr müsst Tower Defense auch nicht so easy sehen. Ihr müsst schon auch umbauen. Das ist schon wichtig. Ich glaube, ich kann die hier so stehen lassen. Ich denke schon. Ich muss aber den Radius hier besser ausnutzen. Ich muss einmal testen. Er kommt hier nicht ganz ran. Das heißt, ich muss vielleicht eher hier so hinstellen. Ja, Radius ist, glaube ich, beinahe, ja, auch das bringt wieder nichts. Weiter hier hinsetzen. Jetzt Radius eigentlich ganz gut, denke ich. Wir lassen durchkommen. Okay, Multichlor Jetpacks, Explosive Flying Toilets fliegen hier rein. Das hat meine gesamte Lane gerade rausgenommen. Ganz schlecht. Die Multichlor Toilets packen es nicht durch. Sie schaffen es nicht bis vor die Barrier. Aber das Airplane ist auf jeden Fall super strong gewesen. Hier schon die nächsten. Ja, wir haben eine Boss Toilet mit 800.000 Leben. Oh mein Gott. Bruder, help, help. help. Okay, ich, Digger, no chance sonst, no chance, ich muss umbauen, und zwar den ganzen Weg. Ich muss den ganzen Weg umbauen. Okay, die Mutant Toilet, ja, Digger, die Boss Toilet, die kriegen wir niemals, Junge, er hat da gerade alles weggelasert, Bro. Bro, Bro, Digger, wie soll ich das packen? Wie soll ich das packen, Leute? Okay, der ist verkauft. Ekelhaft. Alright, ich muss schneller, ich muss schneller werden. Alright, alright. Ich weiß nicht, ob ich es pack. Ich kann leider die Mauern nicht mehr. Ich kann leider die Mauern nicht mehr umsetzen. Das ist das Problem. Mein Gott, wie soll ich das machen? Bruder, drei Boss Toiletten? Niemals, das pack ich nicht, Digga, wave 50. Ich pack das nicht. Oh, komm schon, komm schon, Bro, gib alles. Vielleicht überleben wir es, vielleicht überleben wir es, wenn wir genug Tapet runterziehen. hier noch ein bisschen, komm schon. Oh, nee, ne? Ach, verdammt. Ey, der Maus hat mich gelegt, verdammt. Was hätte ich anders machen können? Ich hätte die Mauern eventuell später setzen müssen. Eventuell, weil, dann hätte die Möglichkeit wäre da gewesen, blöd, ey.